Hallo und Willkommen zurück bei Wildstar und wir haben hier irgendwie ja alle ein bisschen verärgert. Aber ich will eigentlich gar nicht gegen hier diese Vogeltypen kämpfen. Irgendwie sind die cool. Also jeder der so ein riesen Schwert hat kann nur cool sein. Naja, es tut mir leid, Freund. Ich muss leider. Tut mir echt leid. Ich würde gerne mit denen hier reden. Frieden schließen und so weiter. Darf ich alles nicht. Und es leckt halt immer noch. Aber so wie ich den Wildstar Twitter Account gelesen habe, muss es nach dem Patch, nach dem Inhaltspatch noch schlimmer geleckt haben. Insofern sind wir ja mehr oder weniger froh, dass wir hier halbwegs spielen können. So, hier haben wir noch sowas da. Kommt, mach mal. Weibliche Führung. Ja, aber hier haben wir noch kein Weibchen gefunden, oder? Ich habe jetzt hier nichts gesehen. Ich würde ja gerne eins mal sehen. Halt in der Zwischensequenz waren da ein paar Weibchen. Das habe ich gesehen, aber hier war irgendwie nichts. Oder bist du ein Weibchen? Nee. Was? Wieso hatten wir jetzt wieder volles Leben? Das war unfair. Kämpfen hier mit unfairen Mitteln. Heilen sich einfach selbstständig. Das der hier nicht eingegriffen hat, ist auch merkwürdig. Deswegen lassen wir den vielleicht besser. Okay, was sind so viele Falkrin? Zieht euch weiter zurück. Alle sofort zum südlichen Sammelpunkt. Äh, wo ist denn der? Da. Okay. Der südliche Sammelpunkt ist vielleicht hier im Süden. So, hier hängt hier immer noch rum. Äh, guck mal. Hier ist überall Krieg. Tod und Vernichtung. Nee. Hallo? 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 Ach da. Ja, ja. Los, los, los. Ist gut. Bin ja schon unterwegs. Geht halt alles nicht mehr so schnell wie früher. So, bin da. Wer noch? Ach ja, das war wieder einer dieser Tage. Weißt du, wovon ich rede? Ja, ja. Versteh schon. Du bist eine echte Wohltat für meine Augen. Haben es alle geschafft? Nee, da mussten noch ein paar zurückbleiben. Aber passt schon. So, was? Halte die Stellung. Na toll. Äh, die meisten meiner Männer haben es aus dem Tempel herausgeschafft. Aber die Falkrin jagen ihnen nach. Wenn diese Truper es lebendig da rausschaffen sollen, brauchen wir deine Hilfe. Och Gott. Was? Ich beschütze dich? Nee, lass mal. Sprich mit Truper Wok, um den Trupern der Verbanden beizustehen. Ja, okay, dann. So, wo kommen sie denn? Da kommen sie! Hier geblieben! Noch jemand? Hallo? Ja, und es leckt. Ich glaube, ich kann mich schon mal hier hinstellen. Was bist du denn? Du, ich glaube nicht, dass du mit diesen Flügeln fliegen kannst. Oh. Ganz ehrlich. Die waren ein bisschen klein. Die Flügelchen da von dem Dicken. So, hallo. Eigentlich viel zu schade, die hier umzubringen. Also, ganz ehrlich. Hast du jetzt hier deine ganzen Männer rausgeholt? Wir müssen reden. Fast alle sind hier. Ich trommel sie zusammen und dann ziehen wir geordnet raus. Wir lassen uns nach Himmelswacht zurückfallen, solange wir noch eine Chance haben. Ja, ich komm dann mit. Das Universum ist gerade noch fantastischer geworden. Begib dich nach Himmelswacht zurück und sorge dafür, dass der Weg für uns frei ist. Je nachdem, was da los ist, kann es sein, dass du gleich mit anpacken musst. Ja, ich kann mir es vorstellen. Man wartet auf dich. Naja. So, was haben wir denn hier alles? Attribute erhöht, Rangpunkt. Neuer Ausrüstungsplatz. Sondervorrichtung. Was ist auch immer das ist? Also, äh, Liste leeren und zu. Okidok. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder zurück. Da ist Zappa. Wieso wird mir das hier nicht angezeigt? Da ist der Seitenwindposten. Da müssen wir auch noch hin. Naja. Bumm. Aufs Moped. Mit dir kann ich nichts anstellen. Aber mit dir. Mist. Zu weit weg. Au. Okay. Was ist das? Krabblinghaufen. Na, super. Ne Leck-Herausforderung. Finden wir gut. So, ihr macht da schön weiter. Na, kommt mal her, ihr. Ihr kleinen, knuffigen Viecher. Was auch immer ihr seid. Ja, jetzt muss ich mich hier mit dem hier anlegen. Ich wollte eigentlich die zwei da, aber... Anscheinend geht's nicht anders. Mist. Da gingen mir die Mausflöten. So. Okay, die haben wir fast alle erwischt. Bis auf den einen hier. Okay. Neue Errungenschaft. Das Plorkscher Mützler. Ja. Silberrang verliehen. Ja, die armen Jungs hier haben absolut gar keine Chance gegen mich. Upp. So, haben wir noch hier irgendwo... Ah, da. Noch so einen kleinen Hügel. Fummel, fummel, fummel. Irgendwie tun mir die Kleinen echt leid. Na gut, dann hauen wir mal hier noch die Dicken. Ah, Mist. Keine Energie. Ja, aber Gold dran kriegen wir keinen. Was ist, Brut? Ach, da ist noch einer. Der ist mir entfleucht. Der eine hier. Komm her. Hier wird jeder kleine Mob bedient. Ich hab nur Schiss, dass der eine da oben kommt. Deswegen da... Da fliegt ja irgendwie einer hier über mir. 86. Jaja. 96? Was ist da was? Dann hol ich den da und nicht den anderen. Goldrang verliehen. Ah, wunderbar. Was kriegen wir? Schuhe. Ja, dann probieren wir doch hier mal unser Glück. Tip, 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 tip. Nein. Ja. Wunderbar. So, was kriegen wir da? Wahrnehmung ab Lenkwert. Naja. Aber mehr Rüstung. Wir müssen immer noch zurück hier, glaube ich. Der Himmelswacht. Sollten wir vielleicht da rüber dackeln? Ja, ich sehe, da sucht einer für den komischen Quest-Mob da, aber... Ich weiß nicht. Ich bin da jetzt nicht so scharf drauf, mir diese Kuppen-Mobs zu töten. Falkrin töten. Meine Freunde. Vielleicht. Irgendwie werden wir uns noch einig, wenn wir hier genug verprügelt haben. Manchmal muss man ja welche zu ihrer Einsicht halt zwingen. Aber ich weiß nicht, was ihr hier darstellen sollt. Also, ihr seid potthässlich. Ihr seid cool. So, habt ihr hier auch noch Falkrin? Natürlich. Hier sind noch jede Menge von euch. Halt. Stürmen. Au. Kommen direkt die Nächsten an. Ach, Menno. Nochmal? Nochmal welche? Ne. Anscheinend nicht. Okay. Äh. Ja. Ich habe Target gehabt. Mhm. Ja. Wo war's das? Verbanden Flak. Wo ist die? Wo habt ihr denn hier eure Flak? Ach da. Okay. Hättet ihr mal auch früher sagen können. Huh? Nein, nicht runter. Was soll denn der Mist hier? Und? Bringt die tatsächlich was? Schießt die hier die lustigen Vogelmänner runter? Oder mach ich das hier wieder komplett umsonst? Aha. Sie ziehen sich zurück. Wunderbar. Okay, ja. Hier liegen jede Menge Leichen. Und wo? Wo ist Sergeant Royce? Wo ist denn der? Was ist denn so? Ach so, sauber. Ja, vergiss es. Royce, wo bist du? Oh, da. Und dein Bericht? Ich bin nicht fröhlich, aber das ist nichts Neues. Wenigstens warst du rechtzeitig hier, um unsere Hintern zu retten. Und dafür bin ich dankbar. Ja. Haben wir halt wieder gut gemacht. Zähigkeit, Ablenkwert. Haben wir da nicht irgendwas noch mit anderem? Haben wir da nicht auch eins mit Brutalität? Wahrnehmung? Dann nehmen wir das mit einem Mumm. Mehr Feuerkraft. Wir müssen auf unsere gefiederten Freunde einschlagen, solange ihnen noch die Köpfe brummen. Trifft dich mit Mechanikerin Krummzang. Schau, ob sie noch etwas Schlagkräftiges für uns hat. Sieht aus, als wollte eine Lady mit dir reden. Was? Ja, ja. Schon klar. Schauen wir uns dann an. Aber, mir versagt die Stimme. Ich würde eigentlich jetzt gerne dann erstmal die Folge beenden. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann habe ich hier vielleicht auch ein bisschen wieder Platz geschaffen. Weil ich habe nur noch hier einen einarmseligen Taschenplatz. Also, bis zum nächsten Mal.